Das ist Sabrina. Sabrina macht eine Lehre zur Elektrotechnikerin Energietechnik bei Wien Energie. Das denken ihre Freunde über ihren Job. So stellt sich ihr Onkel ihre Arbeit vor. Und das denkt ihre Oma. Und das mache ich eigentlich. Sabrina lernt alles vom Bauen bis Reparieren von elektrischen Maschinen für Anlagen zur elektrischen Energieerzeugung, Übertragung und Verteilung. Wer glaubt, als Lehrling bei Wien Energie schiebt man eine ruhige Kugel, der irrt. Denn am Ende der Lehrzeit hält man bereits riesige Kraftwerke am Laufen. Besonders cool? Zu ihrer Lehre macht Sabrina auch ihre Matura. Willst auch du durchstarten? Dann bewirb dich jetzt!